Von der Mehrwertsteuersenkung haben wir alle was. Die Mehrwertsteuer ist die eine Steuer, die wirklich jeder zahlt, ob Rentnerin oder Student. Die Senkung hilft deshalb gerade auch Geringverdienern. Sie zahlen kaum Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer aber eben schon. Wer wenig Geld hat, wird dank der Steuersenkung wahrscheinlich mehr konsumieren. Die richtigen werden entlastet. Viele Menschen werden Anschaffungen vorziehen, die neue Spülmaschine jetzt kaufen, anstatt in einem Jahr. Das wiederum kurbelt die Wirtschaft an. Die braucht diesen Impuls gerade jetzt. Die Steuersenkung hilft Geringverdienern kaum. Eine Packung Milch wird drei Cent billiger. Deswegen wird kaum einer jubeln. So richtig ins Gewicht fällt die Entlastung bei größeren Ausgaben. Auto, eine Spülmaschine oder die teure Steueranlage. Aber kaufen das Menschen, die jetzt wirklich Geldsorgen haben? Außerdem ist gar nicht klar, welche Unternehmen die Steuersenkung überhaupt an den Kunden weitergeben. Klar ist hingegen, sie wird den Staat sehr viel Geld kosten. 20 Milliarden Euro im halben Jahr. Geld, das man besser an die hätte verteilen können, die es wirklich brauchen. Schon jetzt haben viele große Läden angekündigt, dass sie die Steuersenkung an die Kunden weitergeben. Das wird auf andere Händler den Druck erhöhen, nachzuziehen. Sonst kaufen die Menschen eben nicht mehr bei ihnen ein. Wenn einige kleine Händler, die stark unter Corona gelitten haben, einen Teil der Steuersenkung für sich behalten, dann gönne ich ihnen das. Die Umstellung wird auch nicht kompliziert sein. Die Händler müssen nicht alle Preisschilder austauschen. Sie können den Mehrwertsteuerrabatt ganz einfach an der Kasse abziehen. Aber umstellen müssen sich die Händler schonen. Die Kassen- und Abrechnungssysteme müssen alle geändert werden. In sechs Monaten dann wieder andersrum. Gerade für kleinere Händler ein großer Aufwand. Und die haben am wenigsten davon. Wem hilft die Senkung wirklich? Vor allem Branchen wie dem Bau. Aber die brauchen momentan keine Unterstützung, denn hier boomt das Geschäft sowieso. Bei Künstlern, Solo-Selbstständigen oder in der Eventbranche verpufft das Ganze. Denn da, wo gerade nichts geht, da kann auch keine Mehrwertsteuer gesenkt werden.